So Leute, jetzt auf jeden Fall bin ich hier ein Stück weit gekommen. Ich musste hier bei einem Supermarkt Pause machen, weil ich habe echt den ganzen Tag nichts getrunken, Freunde, da ich meine Wasserflasche zu Hause vergessen hatte und ich dort jetzt kein Wasser kaufen wollte. Warum auch immer, ich hatte einfach zu dem Zeitpunkt hatte ich auch eh wenig Durst, da ich heute früh schon so viel getrunken habe, aber jetzt über die Zeit habe ich echt großen Durst bekommen. Und habe mir jetzt hier so eine XXL Wasserflasche gekauft, so einen 1 Liter. Meint ihr, ich schaffe die Hälfte davon oder vielleicht sogar die ganze Flasche zu echsen? Wir werden es da rausprobieren, ich habe so einen Durst. Let's go. Ja, die Hälfte glaube ich habe ich schon mal weg hier. Boah, es hat so gut getan. Und ja, jetzt sehen wir aber uns zu Hause wieder und da echse ich noch den restlichen Rest aus. Den letzten Rest aus. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns zu Hause wieder, Freunde. Dann sehen wir uns zu Hause wieder, bis zum Lassen nachzukommen. Dann sehen wir uns zu Hause, um das hierher in der whales. Und dann kommen wir aus, bis zum Lassen nachzügehen.